und damit hoffentlich guten morgen willkommen zurück zu machins haben wir bild ich hoffe das ding hat er doch ein tutorial spiel 14 ok ich muss jetzt noch mal die ausbildung spielen soll ja ich habe keine ahnung wie das geht ok dass wir mal hier spielen das ist einfach nur ich gehe rein dann gehe ich raus sollte jetzt nicht irgendwie text kommen wir sagen was ich tun muss ok das brauchen wir jetzt glaube ich nicht ok mit dem konnte ich zeug bauen moment da konnte ich nichts mehr die selbsterstörung einleiten so bauen was haben wir da muss mal gucken ob ich vielleicht war die schon immer so langsam bis die angefangen haben toll wo ist mein zweiter hin schein mir meine festplatte gestorben was muss ich hier machen ok somit konnte man das hier bauen und dann konnte man zeug bauen und mehr bauen sehr gut ist fast wie ein neuer anfangen da kann man dann so baueinheiten bauen hier halt durch so was haben wir da ressourcen wie war das wieder wir haben türmen gebaut wir haben mit den baumaterial einheiten bmis gebaut bmis erhalten wenn sie mir ok so ein ölköl gesungen so ein ölköl gesungen was ist denn so ne mine? so viel Platz gibt es hier nicht Mineralvorkommen lokalisiert das ist ja auch nicht versorgen ok ja aber äh äh kann man die auch freischicken kann man die schon immer so präge ich weiß es gar nicht mehr ich glaube ja aber so die war jetzt irgendwie nochmal so wie war jetzt irgendwie nochmal so wie war jetzt irgendwie nochmal so wie war jetzt irgendwie nochmal einheiten und dann kann ich ja noch natürlich wir müssen ja gerade wieder schauen womit konnte man hier wieder einheiten steuern in folge tasten wie war jetzt was!! Das geht aber noch gar keiner mehr wast bin das nicht da auch vielleicht gibt es auch nicht Maschinen und Konstruktionen werden mit den Baumaterialeinheiten BMI Zerstören Sie den Dreckhals Was? Ich mach sie fertig Bin schon unterwegs Können Sie noch leiser Ich mach sie fertig Waffen werden geraten Waffen werden geraten Mit was für einer Taste konnte man die denn wieder selbst steuern? Das ging doch mit eben eine, oder? Oh, das ist durchgeführt, okay Forschung wird gar nicht erklärt, die gab es auch noch irgendwo, oder? Ach, mit eins, genau Und dann konnte ich mit Genau Genau, das war das So war das Ich erinnere mich wieder, so ungefähr Aber es gab auch noch irgendwie Forschung in so einem Zeug, ne? So, ich hoffe es ist leise genug Wenn ich mich jetzt noch leiser machen Sehr gut, dann Machen wir jetzt einfach mit Pass einnehmen Weiter Noch leise Junge Was, überhaupt die Musik, oder? Oh, war das mal ein bisschen leiser Spiel hat nicht so viel Einstellmöglichkeiten Weil es ist ja jetzt ein bisschen leichter mit der Mord Vielleicht haben die geballert Ganz wahrscheinlich nicht Der Feind nutzt einen Bedürfstag als Maschel von mir Und geht von seinen westlichen Tüten zunken aus Gegen unsere Stadt Kalonizier Achtruhe Nehmen Sie den Pass ein Und zerstören Sie den feindlichen Außenkosten Auf der anderen Seite der Bedürfstätte Ende der Nachricht Der Feind nutzt einen Bedürf... Aber ich könnte auch fast warten Aber es kam da alles so für Missionen Also das waren jetzt die Grundlagen Oh Gott, ist das die... Ja, ne, passt schon So, was war in der Mission wieder so? Was ich nichts hatte Was seid ihr? Was seid bauen? Okay, wir bauen erst mal Der Text ist immer noch wunderschön klein Sehr gut Ja, mein Vater ist gewonnen Ich hoffe, ich soll einfach nochmal neu anfangen Kann ich nicht mehr so... Muss doch erst so ne... Schmelzwerk, das hab ich gesagt Das blinkt, wa? Was heißt denn hier zu nahe bei Mini Vielleicht muss denn das weg Ich hab gehört, die Türme sollen komplett OP sein Brauchte man hier Strom? Nee, Stromgab und sonst Ach, endlich muss ich den F1 drücken wie ein Napalm Ja, aber das könnte man mal mitskalieren Das geht Ich bin da jetzt auch nicht gut drin Aber es geht Das war der Unterschied zwischen Null Rocks Gucken wir mal Ich hab nur gelesen, dass Türme hier komplett OP sein sollen Hab ich... Hab glaube ich nie größt Türme gebaut, weil... Ah, okay, der ist auch viel zu klein, ich verstehe Ähm, und dann... Dann kann ich... Kann ich das jetzt schon bauen? Oder brauchte ich da erst noch... Aber wir warten, dass wir da... Ja, gucken wir erstmal erstmal hier Scheiße bauen, ne? Okay... Okay... Jetzt nehme ich auch mal über mein Fahrzeug, was ich bestellt habe Vielleicht werden wir dort noch... Ähm... Bauen... Oder hatte ich die gebaut? Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe Ich weiß, dass hier noch Luft einhalten... Ich kann mich noch daran erinnern, dass mich hier Luft einhalten hart gefickt haben Ja... Sensoren in Betrieb... Sensoren in Betrieb... Also so richtig hart... Ähm... Ja... Transport wird durchgeführt... Bauen wir mal noch zwei... So, was kann ich da bauen? Ich glaube, das war das schon noch interessant zu dem Zeitpunkt... Ich weiß es gar nicht mehr... Oder hatte ich hier dann schon die besseren Sachen gebaut? Unser Vorrat an Baumaterial geht zu Ende... Ja, ich arbeite hier drin... Was ist da noch drin? Da ist noch drin... Plasmageschützen... Was war denn hier wieder gut? Autokanonen... So, ich brauche auch mal Luft dafür... Was habe ich denn da immer gebaut? War doppelt besser? Jetzt habe ich erstmal keine Kohlen mehr... Und die KI ist immer noch völlig überzogen mächtig... Ja, okay... Ich habe wieder alles falsch gemacht, ich sehe... Ich bin schon wieder am Verlieren... Ach, ich hasse es... Ah... Unser Schlusspunkt wird angegriffen... Ein Radio wurde zerstört... Fehler bei Transportroute... Gut, war doch schön... Ja, ich glaube es wäre sinnvoller... Wenn ich neu anfange... Neu anfange... Okay... Gut... Fangen wir einfach nochmal ganz von vorn an... Zum dritten Mal in diesem wunderschönen leichten Spiel... Das Tutorial nochmal komplett dann aber auch... Nochmal... So, willkommen... Zum ersten Mal... Zu diesem Spiel... Soll angeblich schwer sein... Okay, lassen wir einfach nochmal komplett vor Ort... Warum nicht? Komm... Macht jetzt auch keinen Unterschied... Fangen wir einfach zum dritten Mal nochmal von vorne an... Achso... Ich wollte gerade schon sagen... Das dauert jetzt sozusagen... Ja, okay... Das ist uninteressant für die Story... Also lesen wir das auch nicht vor... Das ist einfach nur ganz dämlich... Und fangen wir einfach nochmal ganz von vorne an... Warum nicht? Komm, scheiß drauf... Das macht bei dem Projekt, das ich jetzt wann angefangen habe... 2012 oder so auch keinen Unterschied mehr... Und was heißt mit einer schweren Mission anfangen... Das würde ja fast bedeuten, dass es in Machines leichte Missionen gibt... Ich bestreite dies... Ich bestreite stark, dass es... Leichte Missionen im Spiel gibt... Aber Text größer oder so einstellen... Das wäre... Noch ganz geil... Dass man Text so ein bisschen an die Auflösung anpasst... Ja, das sind die Tutorial-Missionen... Das zählt nicht... Tutorial-Missionen zählen nicht... Das ist die Pumpkin-Missionen. Okay... Ein apparанием... Typischer. Du hast wohl... Hörst du mir. Plämm... Lein... 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 Ja, Sensoren in Betrieb. Ja, ja, Aktion angelaufen. Nein, nach dem Motortl hört er schon auf. Mineralvorkommen lokalisiert. Müssen wir doch mal weggehen. Begebe dich zur Baustelle. Was ist da in der Kapazität 40? Wollen wir noch einen zweiten? Ich wusste, was die war. Drei, vier, ich werde mir auch einen zweiten gleich noch leisten. Ich wollte es eh noch ein drittes Mal spielen, weil das Spiel so scheiße ist. Und ich habe es nicht einmal durchgespielt. Aber hey, ich habe, wie man sieht, keine Nebel mehr. Also wir können es jetzt vielleicht theoretisch durchspielen. Also vielleicht. Wieso ist das? Alle guten Dinge sind drei, weißt du? Ach, come on. Aber hey, es läuft jetzt. Ich update einfach nicht mehr die Version. Ich mache mir vielleicht 20 Backers von der Version. Nicht, dass die neue Version schlechter nicht mehr funktioniert. Weiß man nicht so genau. Suche abgeschlossen. Ja, Sensoren in Betrieb. Sensoren in Betrieb. Das ist wie ein Vier. Ja, geil. So, dann spielen wir heute die einfache Mission und nächste Woche dann die schwerere Scheiße. Was spielen wir überhaupt morgen? Wahrscheinlich Dreamwork. Müsste jetzt nachgucken. Was ist denn bei der Umfrage gerade vorne? Ich glaube Dreamwork. Was? Dreamwork? Ich weiß ja nicht mehr. Warum gucke ich mir die Statistik an? Keine Ahnung. Ähm. Machen wir jetzt mal selbst. Einfach, wenn wir das können. Äh. Also. Vielleicht war der nicht vorhanden. Ich sehe schon. Hallo Sie. Sterben Sie mal. Wieso nimmst du erst zu wenig Schaden und dann plötzlich...